herzlichen dank an moringa farm für die unterstützung unseres kanals unser ziel ist es mit unseren empfehlungspartnern dir die produkte dienstleistungen und unternehmen näher zu bringen die unserer meinung nach für die entwicklung deiner persönlichkeit und deines bewusstseins einen echten mehrwert der nachhaltigkeit wertschätzung fairness menschlichkeit und bewusstsein sind für jeden etwas aber längst nicht von jedem geburt in einem alten sprichwort heißt es dass die gesundheit das höchste gut sei aber handeln wir auch so die natur schenkt uns alles was wir dafür benötigen um gesund zu sein und es gibt eine ganz besondere pflanze die dem körper dabei helfen kann wieder ins gleichgewicht zu kommen sowie wohl befinden und leistungsfähigkeit entscheidend zu verbessern der moringa baum wird völlig zu recht auch als wunderbaum bezeichnet die forschungen der letzten 20 jahren haben ergeben dass moringa oleifera als die nährstoffreichste pflanze der welt gilt dieser baum liefert enorm hohe mengen an vitaminen proteinen nährstoffen und antioxidantien moringa besitzt ein ideales nährstoffgleichgewicht und eine optimale bioverfügbarkeit moringa produkte zählen zu der kategorie zuckerfuß ursprünglich stammt moringa vom fuße des himalayas wo bereits die alten inder um die nahrhaftigkeit und kraft der moringa wussten moringa dient nicht nur als nahrungsergänzung und stärkung der gesundheit moringa bietet noch eine vielzahl anderer verwendungsmöglichkeiten und überraschungen moringa farm hat sich spezialisiert auf erstklassige produkte in bioqualität natur pur ist dabei ihr leitgedanke weshalb es für sie selbstverständlich ist dass ihre moringa bäume völlig frei von pestiziden herbiziden und anderen chemikalien angebaut werden der gesamte produktionsprozess von der aussaat bis zur verarbeitung hier in deutschland ist biozertifiziert die moringa blätter werden vor allem in rohköstlicher qualität unter gleichbleibenden bedingungen bei maximal 38 grad verarbeitet um vitamine viele eiweiße chlorophyll und sekundäre pflanzenstoffe im endprodukt zu erhalten bis in das kleinste detail wird darauf geachtet dass alles optimal ist selbst die verpackungs materialien sind nachhaltig du findest beim moringa farm das reine rohköstliche moringa in unterschiedlichen formen und als tee ebenso findest du reines öl tolle kräuter mischungen und vieles mehr wir können dir noch so vorschwärmen wie toll wie nachhaltig wie hochwertig und wie lecker das alles ist aber wir sagen es mal so probiere einfach selbst moringa farm hat für dich extra einen besonderen gutschein code zur verfügung gestellt beim nächsten einkauf schenken sie dir einen tollen preisvorteil gib einfach den jetzt eingeblendeten gutschein code bei deinem nächsten einkauf ein die links zu ihren seiten und den gutschein code findest du auch unten in der video beschreibung wir empfehlen ich bin dir moringa farm von herzen gerne